Ja, wunderschönen guten Tag allerseits hier bei WH Self-West. Mein Name ist Stefan Fröhlich und ich freue mich, Sie wieder hier zu unseren Webinaren begrüßen zu können. Wir haben heute wieder ein ganz tolles Webinar vor. Es geht speziell um den Future-Handel und da habe ich mir auch gleich mal richtig gute Verstärkung mitgebracht. Unter dem Titel Futures handeln auch in 2023 leicht gemacht und warum das so heißt, dieses Webinar, das werden Sie in den nächsten 60 Minuten auf jeden Fall erfahren, denn es gibt einige aufsichtsrechtliche Änderungen in dem Bereich, speziell was den Handel von Futures von Privatanlegern mit deutschem Wohnsitz anbelangt. Aber dazu noch später und damit ich eben, wie gesagt, nicht so ganz alleine heute bin, habe ich mir einen wirklich sehr speziellen Gast eingeladen und freue mich so sehr, dass er auch wieder heute Zeit für uns hat, dass er da ist. Vincenzo Zinner ist da. Er ist der Senior Vice President der Eurex, ist zuständig für die Equity-Index-Produkte, wie zum Beispiel den Micro Futures. Das sind also DAX und SMI, die da im Angebot sind bei der Eurex und als ehemaliger Händler hat er natürlich auch einige Tipps bereit. Und ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange und habe auch schon lange das Vergnügen immer wieder mit ihm gehabt, sowohl online als auch offline. Also auch so richtig live und in Farbe sind wir uns auch schon begegnet und ich hoffe, dass das auch bald wieder passiert. So langsam geht es ja live auch wieder los. Insofern freue ich mich, dass er da ist. Hallo Inzo! Hallo Stefan! Besten Dank, dass ich da bei euch dabei sein darf. Und auch logischerweise an alle Teilnehmer. Ja, es wird interaktiv und ich hoffe, dass sie Spaß daran haben. Auf jeden Fall, bei Enzo ist es immer interaktiv, das kann ich schon mal sagen. Das ist sozusagen die Garantie, die man bei diesen Events hat. Und ja, wir werden, wie gesagt, durch den Future-Handel durchgehen und das ist auch immer mal sehr schön und deswegen freue ich mich auch immer auf diese Events besonders, weil das gar nicht so oft der Fall ist, dass man wirklich jemanden vom Produktmanagement der Eurex hier mit dabei hat, der dann auch mal das ein oder andere aus dem Nähkästchen plaudern kann. Und deswegen können sie sich wirklich auf sozusagen Insider-Informationen freuen, aber legale. Okay, den Risikohinweis haben wir hier jetzt auch schon eingeblendet und dann würde ich sagen, sind jetzt auch, dürften jetzt alle an Bord sein. Ich versuche ja auch immer noch so ein bisschen das Ganze hier zu überbrücken, dass alle sich noch einbilden können. Ich gebe dir einfach mal den Bildschirm rüber und dann kannst du loslegen und uns mal so ein bisschen erzählen, was die Eurex da so für schöne Sachen im Bereich der Micro-Futures macht. Das ist doch sehr gut. Also nochmals besten Dank. Und wie ich vorhin gesagt habe, es ist interaktiv. Also ich werde Fragen stellen. Stellen Sie bitte auch Fragen, wenn Sie irgendwas nicht verstehen oder ich bin zu mehr oder sich was. Stefan wird da moderieren und wird da die Fragen anschauen, teilweise vielleicht schon beantworten oder teilweise dann mir stellen und ich beantworte die. Also da bin ich wirklich sehr offen. Stellen Sie die Fragen, weil es bringt Ihnen mehr, wenn Sie die Frage stellen, als wenn Sie es nicht verstanden haben. Also das Ziel ist wirklich, dass Sie am Schluss wissen, okay, was ist dein Future, worauf muss ich achten, wieso ist das so und so weiter und so fort. Das sind eigentlich so die Sachen. Sie werden sehen, ich werde Ihnen auch zwei, drei Anekdoten noch dazugeben. Das eine ist, also wenn Ihnen jemand sagt, dass Sie an der Börse nur gewinnen können, dann ist irgendetwas falsch. Also ich kann Ihnen sagen, ich bin jetzt rund 40 Jahre bin ich dabei und hätte ich nur gewonnen. Das wäre ja sensationell, logisch, man muss verlieren, damit man überhaupt mal sieht, wieso habe ich verloren, was kann ich das nächste Mal ändern. Das ist ganz wichtig. Also Sie werden bei mir, bei meinen Seminaren immer vor allem auch auf die Risiken hingewiesen, worauf muss ich schauen, passen Sie auf, wenn Sie irgendwo etwas kaufen. Weil die Chance, die hat man dann irgendwann, aber das Risiko, das muss man einfach vorher kennen, damit man weiß, woran man ist. Also das ist für mich wirklich ganz wichtig, dass Sie die Risiken im Griff haben. So, jetzt wie gesagt, ich habe gesagt, es ist interaktiv. Also fange ich schon mal an mit der ersten Frage, bevor ich überhaupt mit der ganzen Präsentation anfange und stelle mal so eine Frage in den Raum. Sie sehen die jetzt. Haben Sie mit dem Live-Training überhaupt schon angefangen? Also ich trade im Moment nicht an den Märkten, kann ja sein, oder mehr als zwei Jahre oder mehr als vier Jahre. Es sind die einfach Trading bei BH Self-Invest oder ich sage jetzt, sorry Stefan, eventuell auch bei anderen und Sie können BH Self-Invest wechseln. Machen Sie Futures-Handel irgendwas, also ich sehe da die Resultate, die kommen rein. Das ist immer, immer sehr wichtig für mich, diese Frage. So sehe ich nämlich, wie schnell kann ich vorwärts gehen? Was muss ich eher noch mehr erklären? Gut, also ich schließe die Umfrage und zeige Ihnen auch gleich die Ergebnisse. Also zwei Drittel haben momentan noch Handel nicht an den Märkten. Momentan heißt wahrscheinlich auch noch nie gehandelt, nehme ich jetzt so an. Also wie gesagt, nochmals, sollte ich nachher zu schnell sein? Einfach bitte melden und sagen, hey, können Sie das bitte wiederholen? Also dazu sind wir wirklich da. Also mir ist es wichtiger, dass ich das, was ich zeige, verstanden wird und nicht, dass ich alle Folien gezeigt habe. Das ist wirklich etwas vom Wichtiger an. Gut, vielleicht, weil ich sehe, dass da zwei Drittel momentan nicht an den Märkten sind und ich annehme, dass es auch so ist, dass Sie vielleicht noch nie gehandelt haben. Vielleicht eine kurze Anekdote schon zu mir, oder? Ich habe mit 23 Jahren begonnen zu handeln, respektive, nee, das stimmt nicht. Ich habe viel früher begonnen, aber mit 23 war ein großer Event. Ich habe investiert und ich habe damals mit wenig Geld, also ich hatte nur 10.000 Franken auf dem Konto, habe ich für 300.000 investiert. Geht heutzutage so, wie ich das gemacht habe, nicht mehr. Das war auf Terminhandeln, da gab es die Futures und so gab es noch nicht. Das Gute ist, mit den 10.000 Schweizer Franken, ja, das lief immer gut, bis dann der 19. Oktober 1987 kam. Einige von Ihnen kennen dieses Datum vielleicht, anderen erkläre ich das. An diesem Tag ist die Förste 22 Prozent runtergegangen. Ja gut, und das heißt dann, ich habe dann eben nicht nur 22 Prozent auf die 10.000 verloren, sondern 22 Prozent auf die 300.000. Also das heißt, ich war nachher auf meinem Sparkonto, anstatt plus 10.000 war ich minus 55.000 Schweizer Franken. Und das eben mit 23 Jahren. Also das ist sicher etwas, das will ich nicht missen, weil ich habe daran gelernt, oder? Nur das zu investieren, wo ich sagen kann, ah ok, das ist mein Risiko, das kann ich verlieren und mehr investiere ich nicht. Und nochmals, ich habe Ihnen gesagt, ich zeige Ihnen zuerst die Risiken, bevor Sie überhaupt die Chancen sehen. Und die Geschichte, die geht zum Glück ja weiter. Ich habe, das war im Oktober 87, im November 87 lerne ich eine ganz hübsche, sympathische Frau kennen. Und mit der bin ich immer noch verheiratet. Und irgendwie so im Februar 88 habe ich gemerkt, es wird ernst. Und da habe ich immer gesagt, du, also da ist null, also sogar minus. Und das Schöne ist ja, jetzt kommt das Positive. Also sie hat mich nicht wegen der Kohle geheiratet. Also von dem her, es hat immer auch bei jedem Negativen was Positives drin. Auch schön. Auch schön, oder? Genau. Also, das ist einfach, um Ihnen zu zeigen, ja, Sie können investieren, ja, Sie können schön Geld verdienen, ja, Sie können auch schön Geld verlieren. Einfach, dass das ganz klar gesagt wird. Gut, darf ich Ihnen noch eine Frage stellen? Und zwar lautet die folgendermaßen, mit deinem Futures besteht ein Recht oder besteht da eine Pflicht? Was habe ich da? Habe ich da ein Recht mit deinem Future oder habe ich da eine Pflicht? Also ich sehe, die Antworten kommen rein. Das ist doch sehr gut. Das ist ganz wichtig zu wissen, oder? Weil, wenn Sie Futures kaufen und Sie wissen, dass das bei der Eurex ist, das ist immer etwas Spezielles. Man kann die Produkte, die wir haben, ob das nun eine Option ist, ob das ein Futures ist, man kann die verkaufen, bevor man die überhaupt gekauft hat. Man kann sie kaufen und dann verkaufen oder man könnte sie eben zuerst verkaufen und dann wieder zurückkaufen. Ich sehe da eine, ich schließe da die Umbrage und zeige mal die Resultate. Also zwei Drittel sagen, es ist eine Pflicht und ein Drittel sagt, man hat ein Recht. Leider ist es wirklich so, dass wir kein Recht haben. Ein Future, da hat man eine Pflicht. Und zwar, wenn man einen Future kauft, hat man eine Pflicht, eben zu kaufen. Wenn man verkauft, hat man eine Pflicht zu verkaufen. Also die Differenz, die wird ausbezahlt. Ich zeige später dann, wieso Futures überhaupt zusammengesetzt sind. Also was ist ein Future überhaupt? Also einfach vorweg, Sie können sich vorstellen, wie wenn ein Future eine einzelne Aktie ist. SAP, Allianz oder irgendwas. Ein Future ist aber eine Zusammenstellung mehrerer Aktien. Wir werden das nachher sehen. Also eben, ein Future ist wirklich, das ist eine Pflicht, wie so vorausbestimmtes Datum. Man kann wählen, ist es ein Märzverfall, ein Juniverfall, Septemberverfall oder Dezemberverfall. Es gibt vier Fälle beim Future und da kann man wählen, okay, per dann will ich, sage ich, dass ich das kaufe. Also früher lief das so, dass man irgendwie Tulpenzwiebeln gekauft hat. Die Tulpenzwiebeln, das sind ja da die ersten Futures, die überhaupt gehandelt wurden. Es gab einen Riesenhype und dann gab es einen Crash, wie wir letztes Jahr, die letzten paar Jahre auch gemerkt haben. Die Börse geht nicht nur in eine Richtung, sondern kann eben auch mal runtergehen. Und das ist ja das Schöne an Futures. Man kann die eben verkaufen, bevor man die gekauft hat. Also wenn Sie jetzt denken, dass die Futures runtergehen, also dass der Index runtergeht, haben Sie eben die Möglichkeit, Futures zu verkaufen. Und Stefan, soviel ich weiß, ich glaube, der Chart-Analyse-Seminare, das macht ja ab und zu, wo er auch eure Charts zeigt, wie man die analysieren kann, ob man jetzt kaufen oder eher verkaufen sollte. Absolut, aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man eben an den fallenden Kursen partizipieren kann, weil das war ja auch lange Zeit gar nicht möglich. Zum Beispiel auch zu der Zeit, wo, jetzt komme ich mal hier mit der Kamera wieder rein, auch zu der Zeit, wo der neue Markt geplatzt ist. Da war das ja super schwer, an diesen fallenden Kursen positiv partizipieren zu können. Die meisten haben negativ daran partizipiert. Und auch die Möglichkeit, mit so einem Future Short zu gehen und praktisch sein Aktienportfolio abzusichern, das hatten, glaube ich, wenige auf dem Schirm. Also insofern, deswegen ist das so wichtig, dass wir diese Grundlagenarbeit machen und das genau erklären, was hier läuft, ja. Genau, oder? Das ist ganz wichtig, oder? Eben sind Sie positiv auf dem Markt, können Sie kaufen und das sehen Sie jetzt hier eben den Basiswert, ich sage jetzt den DAX Future, zu kaufen oder eben respektive zu verkaufen, oder? Das ist wirklich wichtig, dass Sie das sehen, dass Sie in beide Richtungen investieren können, oder? Sie können das Intraday machen, Sie können das irgendwie über eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen machen, vielleicht haben Sie es gesehen, dieses Jahr ist sehr gut gestartet. Der DAX, der hat schon einige Prozente wieder gut gemacht, was er da die letzten Jahre verloren hatte. Also wäre momentan nicht ein Verkauf eines Futures gut gewesen, sondern ein Kauf. Ob jetzt momentan ein Verkauf des Futures gut wäre, kann ich Ihnen so nicht sagen, darf ich Ihnen als Eurex auch gar nicht so sagen. Wir geben keine Marktmeinungen ab, was ich Ihnen jedoch sagen kann, ob Sie nun kaufen oder verkaufen. Für mich ist immer wichtig, dass Sie sich eine Limite setzen und nicht zu sagen, wie viel will ich verdienen, weil das ist ja einfach gesagt, oder? Sondern Sie sollten sich eher sagen, wie viel bin ich Maximum in der Lage zu verlieren. Eben wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, im 1987, als ich 23 war, das hatte ich nicht so im Griff, dass ich dann irgendwann minus 55.000 auf dem Konto war, war nicht so eine lustige Zeit. Ich habe trotzdem sehr, sehr viel daraus gelernt und habe meine Lehren daraus gezogen. Aber eben, für Sie ist es wichtig, was kann ich denn, was will ich, nicht was will ich verlieren, Sie wollen ja nichts verlieren, aber was kann ich Maximum verlieren? Und da setzen Sie sich eine Limite und Sie haben da verschiedene Möglichkeiten bei WH Self & Westerb, dass nun eine Limite nach oben ist, wo Sie zum Beispiel sagen, gut, ich will höchstens, weiß ich was, 200 Euro verlieren nach oben und wenn ich verdiene, irgendwie 300 verdienen, können Sie sagen, Sie können bei WH Self & Wester auch sogenannte Trailingsstop setzen, wo Sie sagen, gut, ab jetzt bei 200 Franken Verlust verkaufe ich, aber wenn es hoch geht, dann zieht es die Limite wie nach. Also das heißt, wenn Sie jetzt ein Future kaufen bei 15.000 und sagen, gut, bei 14.800, da verkaufe ich und wenn es jetzt hoch geht auf 15.1, dann wird die Limite automatisch bei 14.9. Das ist ein sogenannter Trailingsstop, wo es Ihre Limite immer nach oben zieht. Einfach zwei Möglichkeiten, wie man das so machen kann. Ja, sind Fragen bis jetzt, sind schon Fragen reingekommen, Stefan? Ne, bis jetzt noch nicht, also alles zum guten Bereich. Also schon alles gut zu sein. Sehr gut, also ich zeige Ihnen jetzt ein Bild, das ich immer gerne zeige. Da sind einige Namen, ich lasse Ihnen da mal 30 Sekunden. Schauen Sie diese Namen an. Ich muss da schauen, dass da die 30 Sekunden, ich sage, genau, so jetzt, so hier sehe ich es. Bleibt auch noch nur 20 Sekunden. Da hat es viele Namen, die meine Familie betreffen. Das werde ich Ihnen dann nachher noch zeigen, wer. So, und jetzt mache ich schon die Umfrage. Wie viele dieser Namen konnten Sie sich merken? Eins bis zwei, drei bis vier, fünf bis sechs, mehr als sieben. Also wie viele Namen konnten Sie sich da merken? Gut, ich sehe da, ja, gute, gute Resultate, respektive Resultate, wie ich sie erwartet hatte. Also, Sie sehen, nur fünf Prozent haben gesagt, mehr als sieben, 43 Prozent zu fünf oder sechs und 38 Prozent, drei bis vier und auch eher 14. Was wollte ich mit diesem, ich sage jetzt, kleinen Test machen, was ich Ihnen ganz klar auf den Weg geben will? Wenn Sie, wenn Sie schon dabei sind an der Börse oder wenn Sie eben noch beginnen wollen, konzentrieren Sie sich auf Maximum, Maximum fünf Produkte. Ich hoffe natürlich, dass der DAX oder MikroDAX oder Minidax sehr dabei ist. Aber konzentrieren Sie sich auf Maximum fünf Produkte. Mehr können Sie auf einmal gar nicht irgendwie im Kopf haben und ich sage, spüren, fühlen. Oder wenn Sie sich zum Beispiel auf den DAX konzentrieren und sonst noch irgendwie vier Produkte, dann bekommen Sie irgendwann, bekommen Sie das Feeling, aha, der DAX, der bewegt so und so, der macht das und das. Wenn, wenn, haben Sie mich nicht was, wenn das Hinterhöhung und das sicher sind, bewegt das sich in diese Richtung. Was geschieht, wenn, wenn, wenn irgendwie eine, eine Aktie schlecht reagiert und so weiter und so fort. Konzentrieren Sie sich wirklich auf fünf, höchstens fünf Produkte. Gut, Stefan hat es zu Beginn schon gesagt, wir haben Microfutures auf den DAX, auf den Eurostox 50 und auf den SMI. MicroDAX, das heißt, Sie, Sie, Sie wissen vielleicht, dass wir ja den, den ganz großen DAX haben. Dort gibt es Kontraktgrößen. Bei uns, bei der Eurex spricht man immer von Kontraktgrößen. Also das heißt, wenn Sie den ganz großen DAX kaufen, das ist eine Kontraktgröße von 25. Was heißt das denn? Das heißt, der Index, da ist der jetzt rund bei 15.000 und wenn Sie diese 15.000, wenn Sie einen großen DAX kaufen, kaufen Sie eben 25 mal diese 15.000. Was sind das, etwa 300.000 Euro, die Sie da investieren, ist etwas mehr. Wenn Sie den MiniDAX kaufen, also wir haben den großen, dann den Mini, MiniDAX ist die Kontraktgröße 5, also 5 mal die 15.000 gibt, 75.000. Und wir haben den MicroDAX, den haben wir jetzt letztes Jahr in die Welt gerufen. Im MicroDAX, da haben Sie eine Kontraktgröße 1, also das heißt, wenn Sie sehen, der DAX ist bei 15.000, dann ist die Kontraktgröße 1, das heißt, Sie investieren 15.000 oder wenn Sie eben den verkaufen, verkaufen Sie für 15.000. Das ist ganz wichtig bei der Eurex, dass Sie die Kontraktgröße kennen. Eurostox ist um die 4.000 und SMA ist um die 11.000. Einfach, dass Sie das wissen, es ist Kontraktgröße 1. Das ist gut, weil dann können Sie eben mit, ich sage jetzt mit kleineren Stücken, können Sie da irgendwo etwas beginnen zu handeln. Und ich sage jetzt, wenn Sie sowieso noch nie gehandelt haben, würde ich sowieso raten, mit kleinen Stücken zu kaufen und nicht mit großen. Passen Sie einfach auf, die Börse liest irgendwie gemein, so die ersten 1, 2 Trades als Anfänger, da werden Sie wahrscheinlich verdienen und dann werden Sie mutigen und setzen 10 mal so viel rein und dann werden Sie nervöser und verlieren vielleicht deshalb. Also passen Sie auf, wie Sie handeln, setzen Sie sich immer die gleichen Limiten. Und ich kann Ihnen sagen, meine Frau, wenn ich jetzt sage, ich habe wieder irgendwie mehr verloren, als ich eigentlich wollte, hat sie gesagt, du hast dich nicht an deinen Regeln gehalten, richtig? Und genau so ist es, oder? Wenn Sie sich mal eine Regel zulegen, seit es jetzt eben dieses Trading Stop, wo Sie das immer nachziehen und Sie vielleicht ein, zweimal schlecht gelaufen sind damit, weil es zwar runter ist und dann wieder rauf, ändern Sie dann nicht einfach und sagen, das nächste Mal mache ich es nicht. Glauben Sie mir, das nächste Mal wären Sie froh gewesen, hätten Sie diesen Trading Stop drin gehabt, oder? Also es ist immer so, wenn Sie sich eine Regel festsetzen, ob das nun der Trading Stop ist, ob das nun ist, 300 Euro nach oben, 200 nach unten, spielt keine Rolle. Für Sie muss es dann, also sollte es dann immer stimmen. Also logisch, zu Beginn müssen Sie schauen, was ist für Sie gut, also womit fühlen Sie sich wohl und nachher nicht mehr ändern. Und dann immer die gleiche Strategie fahren, damit Sie eben, oder wenn Sie einmal den Trading Stop setzen und beim nächsten Mal dann nicht mehr, dann ist es genau, wenn Sie den Trading Stop setzen, wäre es falsch und wenn Sie ihn nicht setzen, wäre es eben auch falsch. Also immer wirklich die gleiche Strategie fahren. Das ist wirklich von mir aus gesehen sehr wichtig. Gut, im Kontraktgröße 1, das hatte ich Ihnen gezeigt, oh, das ist jetzt schon eines zu viel. Also, meine Frage und jetzt, das ist wirklich etwas, was wichtig ist, was denken Sie, welches ist die Aktie, die am stärksten gewichtet ist im DAX? Denken Sie, es ist die SAP, sind wir das, die deutsche Börse, ist es die Siemens oder ist es Linde? Was denken Sie? Also ich sehe da, die Resultate kommen langsam rein. Ja, ist ziemlich ausgeglichen bis jetzt. Ja, jetzt haben wir einen Favoriten. Also, ich schließe die Umfrage, okay, und zeige die Ergebnisse. Also, SAP 40%, hey, 10% die deutsche Börse, einfach so nebenbei die deutsche Börse, die ist irgendwie unter Ferner lief und die hat irgendwie 1, 2% vom gesamten DAX. Siemens und Linde, je irgendwas. Sie hätten recht gehabt, hätte ich diese Umfrage vor drei Jahren gemacht. Da war SAP ganz klar der Leader. Und jetzt schauen Sie sich das an. Jetzt ist, also, sorry, das war im April 2021. Das war April 2021. Ich zeige Ihnen nachher, wie es jetzt aussieht. Im April 2021 war es schon Linde. Siemens war an zweiter Stelle, Allianz dritter und SAP an vierter Stelle. Und schauen Sie sich mal, wie es jetzt ist. Entschuldigung. Linde ist bei rund diesen 10% geblieben. SAP ist von 7,4 auf 7,9 angestiegen. Und Sie sehen, die Allianz, die ist da gar nicht mehr drin. Da ist aber bei den Top 5. Da ist jetzt Airbus reingekommen und Allianz, die waren bei 7,9% und sind nur noch irgendwie, glaube ich, bei 5,4%. Sind irgendwie auf Nummer 6 runtergerutscht. Wieso zeige ich Ihnen das? Ich hatte Ihnen gesagt, dass ein DAX, also ein Index, was ist das? Das sind einfach die 40 Unternehmen an Xetra. Und Sie sehen, im April 2021 waren es noch 30. Jetzt sind es eben 40 Unternehmen. Und die Marktkapitalisierung, was heißt denn das? Also es wird der Aktienkurs mal die Aktien, die ausstehend sind. Also wie viele Aktien gibt es, die gehandelt werden können, mal den Aktienkurs. Das gibt die Gewichtung. Wieso ist die Gewichtung so wichtig für Sie? Weil wenn Sie wissen, dass Linde 10% Marktanteil hat, was heißt das? Das heißt, dass wenn Linde, also alles bleibt gleich, alle Achsen bleiben gleich, aber Linde aus irgendeinem Grund steigt um 10% an. Das heißt, wenn Linde 10% ansteigt und das hat eine Gewichtung von 10%, dann steigt der DAX um 1%. Einfach nur, weil Linde angestiegen ist, auch wenn alles andere stehen bleibt. Darauf wollte ich auch gerade nochmal hinweisen, weil früher war das so im DAX 30, so vor 20, 25 Jahren würde ich mal sagen, da war die Siemens super hoch gewichtet. Die Siemens, die hatte einen Riesenanteil am DAX. Und das war immer lustig, ich kann mich noch erinnern, in Backzeiten, du brauchst es eigentlich nur den Siemens-Kurs angucken und wusstest, wie der DAX sich entwickelt, weil das so abartig viel war. Und das hat man ja jetzt geändert. Man hat das etwas ausgeglichener gestaltet. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt 40 Werte anstatt die 30 Werte haben. Also das hat sich schon mal zum Positiven verändert, sozusagen. Gut, man muss sagen, das ist das eine, dass man von 30 auf 40 ist. Jedoch kommt natürlich hinzu, wieso ist jetzt Allianz von 7,9 auf 6,4 runter. Das ist ganz klar, weil eben der DAX ist angestiegen und die Allianz ist weniger angestiegen oder sogar gesunken im Verhältnis zum DAX. Und deshalb ist natürlich die Marktkapitalisierung tiefer jetzt von Allianz. Das ist einfach, wenn ich schnell nochmals, eben bei Linde, wenn Linde 10% steigt, steigt der DAX 1% und der Rest bleibt gleich. Wenn Airbus, alles andere bleibt gleich und Airbus steigt um 10%, dann steigt der DAX um 10% mal 5,6%. Das heißt um 0,56%. Und eben wenn, ich sage jetzt Deutsche Börse ist bei 2% Marktkapitalisierung, dann wären es 0,2%. Also ist es für sie wichtig zu wissen, aha, wenn ich da diese 5 Produkte anschaue, dann habe ich schon mal 37% des DAX im Griff. Also eben wie du vorher gesagt hattest, Stefan, früher war es Siemens stärker gewichtet, jetzt ist Linde, wie ja auch 27% gesagt haben. Linde ist die Aktie, die Sie anschauen sollten, eben SAP und da die anderen. Aber Linde müssten Sie sicher anschauen, um zu wissen, was macht der DAX. Also wenn Sie zum Beispiel wissen, dass irgendwo morgen News kommen über Linde, müssen Sie schauen, ob Sie den DAX handeln wollen oder nicht, weil wenn Sie nicht wissen, ob es gute oder schlechte Nachrichten sind. Aber wie gesagt, das sind die 10 Produkte, die Sie beachten sollten. Die 5 Aktien, die Sie beachten sollten, wenn Sie denn den DAX haben. Stefan, sind in der Zwischenzeit Fragen gekommen? Also ja, es gibt eine Frage, die würde ich aber gerne nochmal zurückstellen und später beantworten, wenn wir nämlich auch das Thema Nachschusspflicht kommen. Da geht es auch so ein bisschen um Limited in Zypern und so weiter und so fort. Dann eine Frage, doch, die kann ich hier gleich direkt beantworten. Ich darf auch den Vornamen hoffentlich sagen von demjenigen, damit er auch weiß, dass ich da gerade seine Frage am Wickel habe. Das ist der Kai, der fragt, wie groß sollte mein Konto mindestens sein beim Micro Futures? Und da ist das so, hier bei WH Self-Invest haben wir die Mindestanforderungen von 5.000 Euro. Es gibt ein Modell im Zusammenhang, also es gibt so Preispakete und Datenpakete, es gibt ein Modell im Zusammenhang mit dem Nano-Trader, da sind es nur 2.500. Aber ganz ehrlich, das halte ich für zu wenig. Also ich bin auch eher der Freund für mehr Kapital, dass man auch Verluste aushalten kann durch eine vernünftige Kapitalisierung. Das fängt für mich tatsächlich bei mindestens 5.000 an und höher geht immer logischerweise, weil man dann eben einen höheren Puffer hat. Also um die Frage da zu beantworten, sind wir dann bei 5.000 Euro. Der andere hat noch eine interessante Frage, die ist jetzt für dich, Enzo, und zwar ist Linde nicht aus dem DAX rausgegangen, um in den USA gelistet zu werden. Ich weiß nicht, ob Linde in den USA gerichtet ist, aber Linde kann nicht einfach entscheiden, hey, wir gehen jetzt da raus, sondern das ist natürlich so, dass der DAX, also eben der deutsche Aktienindex, außer sie lassen sich in Deutschland delisten, aber das ist momentan noch nicht der Fall, aber solange sie natürlich in Deutschland gehandelt werden und sie natürlich eben so eine große Gewichtung haben, sind sie da drin. Also es ist ja nicht so, dass eine Aktie, wenn sie in einem Index ist, nicht in einem anderen sein kann. Es gibt natürlich Aktien, eben Eurostox, da sind natürlich die größeren Deutschen ebenfalls drin, da hat es dann auch französische Aktien drin und italienische und das ist was alles. Aber da ist natürlich Linde auch drin und ich wusste jetzt gar nicht, dass die sich jetzt auch in Amerika haben ließen lassen, ob die dann groß genug sind, ob dort in einen Index zu kommen, das kann ich so jetzt abschließend nicht sagen. Eine Frage haben wir jetzt noch ganz schnell und zwar die Frage, ob man diese Folien, diese Unterlagen irgendwie downloaden kann. Ich kann das so machen, Stefan, ich kann die, ich kann dir einen PDF senden und Sie können dann bei Stefan, also bei BHZ 11, wenn wir erst da anfragen und er aus Hände ziehen und dann, wenn das okay ist. Das ist okay. Was auch geht übrigens, vielleicht als kleinen Hinweis, es gibt in diesem Fenster, wo Sie uns beide jetzt oben sehen und unten die Folie vom Enzo, da gibt es oben eine Screenshot-Funktion. Sie können auch gerne Screenshots machen von dem, was Sie da sehen. Ja, also das ist meistens ja sogar ein bisschen effektiver, weil man dann das Screenshottet, was einem am wichtigsten ist und dann hat man eine schöne Essenz am Schluss. Ja, also das wissen, glaube ich, viele gar nicht, dass das funktioniert. Genau, aber eben, also wenn jemand die folgen will, das ist für mich überhaupt kein Problem. Also die kann ich dir als PDF senden, Stefan, und dann kannst du die weitergeben. Können wir gerne so machen, klar, natürlich. Genau. Gut, also dann gehe ich weiter, was ganz wichtig ist. Ich habe jetzt hier aber etwas verglichen, was nicht vergleichbar ist. Ich habe den DAX mit dem Eurostox und dem SMI verglichen und das ist nicht vergleichbar. Wieso? Beim DAX werden die sogenannten Dividenden reinvestiert und beim SMI und beim Eurostox nicht. Was heißt das? Also der SMI und Eurostox, die verlieren jedes Jahr die drei, vier Prozent Dividende, die da bezahlt werden, ist der Index einfach tiefer und beim DAX ist das nicht so. Also das heißt, wenn wir jetzt so einen Vergleich machen, den ich hier habe, da steht der DAX, der hat zwölf Prozent verloren und der SMI 17, ja logisch, da sind vier Prozent Dividendenrendite drin, also wäre es eigentlich nur, sage ich jetzt, minus 13 Prozent. Und beim Eurostox, wenn ich da die drei, vier Prozent wegnehme, sind es irgendwie acht oder neun Prozent, den er dieses Jahr verloren hat. Wenn wir das auf fünf Jahre anschauen, sieht es sogar noch viel brutaler aus. Der DAX hat zwei Prozent verdient pro Jahr, das ist immer pro Jahr. Und hier beim Eurostox, das wären dann eigentlich fünf bis sechs Prozent und beim SMI sechs bis sieben Prozent. Einfach, dass Sie das sehen, eben der DAX, dort werden die Dividenden reinvestiert, beim Eurostox und SMI nicht. Jedoch nehme ich an, dass Sie vor allem ja sowieso den DAX anschauen. Zum DAX Futures Kurs, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass Sie die, ich weiß nicht, ob ich jetzt, nein, das habe ich jetzt kein Bild hier, vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass so, dass das letzte Jahr, da war der DAX Index und der DAX Future, die waren etwa gleich. Wieso? Weil die Zinsen bei Null waren. Ein Index Future, der stellt sich so zusammen, Index Kurs plus Zinsen, minus Dividenden. Aber beim DAX gibt es ja nicht minus Dividenden. Also beim DAX wäre es Index Kurs plus Zinsen. Ja gut, wenn die Zinsen Null sind, dann ist der Index gleich Future. Jetzt momentan ist der Future rund 20 Punkte höher als der Index. Das ist eben, weil die Zinsen angestiegen sind. Also umso höher die Zinsen ansteigen, umso höher ist die Differenz zwischen dem Future Preis und dem DAX selbst. Es ist einfach, dass die das sehen. Und sie müssen auch wissen, dass per Verfall, also wenn sie jetzt so einen Future kaufen, per Verfall wird der Future gleich Index Preis sein. Also die 30 Punkte Zinsen wird er natürlich verlieren. Jeden Tag geht das natürlich dann näher zum Index, weil logischerweise Zinsberechnung können sie alle, oder die 20 Punkte, die gehen dann weg. Gut, also wollte ich eigentlich eine Frage stellen, bevor ich das da so zeige. Ich will ganz kurz die Volatilität besprechen. Jetzt denken Sie, ja gut, was zeigen Sie Volatilität bei Futures? Volatilität, die haben ja vor allem bei Optionen zu tun. Trotzdem will ich Sie mal fragen, 32% Volatilität, was heißt das? Ist das eine Erwartung, dass die Aktie respektive der Index, also da der DAX, die oberen Breiten sind Jahre, die unteren beiden sind Monate. Und da geht es darum, ist es innerhalb eines Jahres 32% oder sind es 16%? Also innerhalb eines Jahres, das sind die oberen beide, und die unteren beide sind Monate. Ist es innerhalb eines Monats oder eines Jahres, dass man da steigt und sind, und ist es 16% oder 32%? Raten Sie, die anderen wissen es wahrscheinlich auch nicht. Geben Sie es. Spannende Frage. Also ich sehe, ich sehe da Resultate reinkommen, und ich muss sagen, also die Mehrheit hat auch das Richtige. Also, die Ergebnisse, die sind folgendermaßen. 41%, wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, das stimmt, es sind wirklich 32% Volatilität, heißt, die Erwartung, dass die Aktie oder Index innerhalb eines Jahres was eben 32% steigt oder sinkt, das ist nicht nur 16%. Das mit Monaten, das war so eine, ich habe das einfach so als Witz noch reingenommen. Hat nichts mit den Monaten zu tun. Nur diese 32%, wenn wir da ganz ehrlich sind, sagen Ihnen eben leider wahrscheinlich nicht viel. Und deshalb zeige ich Ihnen, was heißt denn 32%? 32%, das können Sie durch 16% teilen. Einfach, dass ich Ihnen das schnell zeige, wieso 16%, das ist die Wurzel der Handelstage, Wurzel von 256%. Also, das heißt, wenn Sie eine Volatilität sehen von 16%, ist es eine tägliche Erwartung, also tägliche Volatilität, von einem Prozent. Wenn Sie 80 haben, 80 durch 16, 5%. Ja gut, und jetzt fragen Sie mich, was hat denn Volatilität überhaupt mit Futures zu tun? Und deshalb komme ich schon zur nächsten Frage. Ja, beeinflusst die Volatilität denn den Handel mit Futures? Da hat das irgendwo was damit zu tun, weil Volatilität haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, aber nur bei Optionen und bei Futures haben Sie gesagt, ja, eigentlich nicht groß, aber gut, ich muss sagen, dass ich sehe die Antworten, ich mache es jetzt da nicht spannend. Sie haben es entweder gewusst oder mich, doch schaut logisch, wenn ich da Volatilität zeige in einem Futureseminar, muss es logischerweise eine Beeinflussung des Futures haben. Und zwar hat es mehrere Einflüsse auf den Futures und zwar, wie ich gesagt habe, eben Volatilität 32% ist zwei Prozent Tagesschwankung, aber logischweise hat es einen Einfluss auf den Handel, also mehr Schwankung, schneller Erfolg, schneller Verlust. Logisch, natürlich umso schneller das es geht, umso mehr kann man verdienen, umso mehr kann man verlieren. Und was auch wichtig ist, höhere Schwankungen gibt auch höhere Margen. Oder wir haben bis jetzt immer gesagt, aha, man kann einem Future handeln und bis jetzt haben wir Ihnen noch nicht gesagt, ja, wie kann man den dann handeln? Oder und das ist ganz wichtig, dass Sie wissen, wenn Sie einen Future kaufen, da bezahlen Sie nicht die volle Marge, also den vollen Preis, sondern Sie bezahlen einen Teil, oh, jetzt habe ich schon was vorweggenommen. Ich habe da nämlich noch eine Frage gemacht, bevor ich Ihnen das Resultat zeige. Wissen Sie, eventuell, gut, ist natürlich schwierig, wenn Sie sagen, Sie haben bis jetzt nicht gehandelt, wissen Sie eventuell, wie hoch die Intraday-Marge für den Microfuture beim BH Self-Invest ist? Der Future ist ja eben 15.000, Microfuture ist ja ein Kontrakt, gibt diese 15.000. Was ich Ihnen eben sagen wollte, ist, Sie bezahlen, also die 15.000 können Sie auslassen, das bezahlen Sie nicht. Sie bezahlen eben nicht die 15.000, sondern eine sogenannte Initial Margin und ich habe Sie sehen, ich habe da geschrieben Intraday-Marge, weil BH Self-Invest hat eine Intraday-Marge und eine sogenannte Overnight-Marge und es ist wichtig zu sehen, also ich sehe schon gute Ergebnisse, also 53% sagen 300 und dann noch 1000 und 3000. Also effektiv ist die Intraday-Marge bei BH Self-Invest 300 Euro das heißt jedoch nicht, dass das Ihr Risiko ist und ich zeige Ihnen, wie, also das ist von der Seite von BH Self-Invest, da sehen Sie den großen DAX, der hat Intraday-760, Minindax 1024 und der Micro eben diese 300, die ich Ihnen, ah, sorry, ich sehe, dass die Ergebnisse nach da sind. Also das ist eben die Liste von, das finden Sie auf der BH Self-Invest-Seite für den DAX-760, eben den Mini 1024, den Micro 300 und hier gibt es noch den Eurostalks und den Micro Eurostalks, damit Sie da auch noch sehen, was da für Intraday und eben Overlight-Marge und die Overlight-Marge ist rund, äh, fünfmal höher bei euch, Stefan, und ich darf ich die bitten, du hast jeden was von Nachschusspflicht und, und so erzählt, wenn du das vielleicht noch zeigen kannst, aber bevor vielleicht du das zeigst, ganz kurz schnell, wie das funktioniert. 15.000 ist da, der Future, die sogenannte Initial Margin ist 300, jetzt das stimmt nicht mit Tag 2, Tag 3, das ist die Overlight-Marge ist ja dann 1500, einfach, dass Sie das zusätzlich wissen, wenn Sie den Future über Nacht behalten, wie läuft das, auch im gleichen Tag. Wenn der Future von 15.000 auf 15.000 ansteigt, dann haben Sie, wenn Sie einen Kontrakt kaufen, einen Gewinn von 100 Euro. Bei 300 Einsatz ist es natürlich 50 mal mehr, als wie wenn Sie den ganzen Kontrakt, also die ganzen 15.000 hätten einsetzen müssen. Was jedoch eben auch wichtig ist, sollte es eben runtergehen von 15.000 dann auf 14.000 nach 50. Das sind ja 250 Punkte von einem Tag auf den anderen. Da Ihnen diese 100 Euro über Nacht gutgeschrieben wurden, werden Ihnen am nächsten Tag eben nicht nur 150, also 15.000 minus 14.000 nach 50, sondern von 15.000 1 minus die 14.000 nach 50 werden Ihnen 250 belastet. Genau. So und jetzt Stefan, ich bitte dich schnell wegen der Nachschusspflicht und vielleicht kannst du ja auch zeigen, wie man die Futures überhaupt bei euch handeln kann. Kannst du noch mal ganz kurz auf die Folie davor gehen, bitte? Ja, genau, das ist nämlich genau das Entscheidende. Wir haben eine sehr wichtige Rahmenänderung seit 1. 1. 2023 gesetzlicher Natur von den Aufsichtsbehörden bekommen und die BaFin hat eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen und schreibt vor, dass alle oder dass der Future Handel von Brokern weltweit an deutsche Privatanleger nur angeboten werden darf, wenn auf die unbegrenzte Nachschusspflicht verzichtet wird. Bis zum 31.12. galt, wenn mein Konto ins Minus geht, aus irgendwelchen Gründen, nämlich aus, wenn man Verluste macht, die größer als die Einlage, als der Kontostand waren und natürlich damit auch größer als die hinterlegte Margin, dann musste man das ausgleichen. Und das in unbegrenzter Höhe, das ist unter unbegrenzter Nachschusspflicht zu verstehen. Man war also vor dem 1. 1. 2023 mit mehr Geld im Risiko als das, was man auf dem Konto hatte. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und die BaFin hat jetzt gesagt, aus Kundenschutzgründen darf das nicht mehr sein, müssen wir auf diese Nachschusspflicht verzichten. Und das hat eine gravierende Auswirkung auf die gesamte Branche gehabt. Wir waren ja uns, die Ankündigung kam ja im Oktober, dass das passieren wird und wir waren uns eigentlich nicht so richtig sicher, was jetzt genau passieren wird. Wir bei WH Self-Invest haben von Anfang an gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem, weil wir schon 25 Jahre Erfahrung in diesem Geschäft haben und wir haben mit dem Future tatsächlich angefangen vor 25 Jahren. Wir haben alle Höhen und Tiefen gesehen, die ein Markt haben kann. Unser Risikomanagement ist halt so gut, dass wir es uns leisten können und auch von der ganzen Einkapitalausstattung so, dass wir uns es leisten können, ins Risiko zu gehen für den Kunden und dass wir im Prinzip das Future Geschäft genauso anbieten können, wie es vor diesem Stichtag war. Ohne Änderung. Wir haben weder Margins erhöht, wir haben noch irgendwelche Rahmenbedingungen verändert, sondern der Future Handel ist genauso geblieben. Und jetzt, wenn man sich mal anschaut, links und rechts, was da passiert ist, es sind einige Anbieter vom Markt komplett verschwunden, die gesagt haben, unter dieser Bedingung kann ich mir es nicht mehr leisten, den Future Handel für Privatanleger anzubieten. Es sind also einige komplett weg. Und andere wiederum, da sind so renommierte Namen, wie Interactive Brokers oder Ninja Trader dabei, die sagen jetzt, ich muss die Margen erhöhen, aber auf drastische Art und Weise, ich will das mal hier am Beispiel Minidax mal zeigen. Die Intraday Margen bei uns ist 1420 Euro, das heißt für einen Kontrakt, das war ja fünfmal den Sicherheitsleistung hinterlegen, um diesen Kontrakt Intraday zu handeln, das heißt am gleichen Tag rein und wieder raus zu gehen. Und wenn man diese Position über Nacht hält, also praktisch nach dem Börsenschluss 22 Uhr und dann durch die Nacht diese Position hält, das geht um 1.15 Uhr dann an Eurex auch wieder los, dann braucht man 7100 Euro. Die besagten Broker, die ich gerade angesprochen haben, die hatten alle auch eine Intraday Margin, die ist komplett gestrichen worden, das gibt es gar nicht mehr und diese Overnight Margin, die man hier sieht, ist die Original Sicherheitsleistung, die die Eurex verlangt. Also wir haben da keine Aufschläge oder Sonstiges drauf, sondern sagen einfach nur, wir wollen das als Sicherheitsleistung haben, was die Börse haben will, weil wir das Geld ja dort auch auch Intraday, da müssen sie 14.200 Euro am Margin hinterlegen. 14.200 Euro versus 1420 bei uns, himmelweiter Unterschied und ich glaube, dann wird die ganze Sache schon ein bisschen schwierig, weil es einfach nicht mehr effizient genug ist und ich viel zu viel Kapital im Prinzip aufbringen muss, um hier vernünftig handeln zu können. Also das ist ganz schön aus dem Ruder gelaufen und deswegen sind wir jetzt auch unterwegs mit den ganzen Webinaren in Sachen Futures. Was wir haben heute das mit dem Enzo, wir haben dann noch mit René Wolfram und mit Max Schulz entsprechende Webinare in diesem Monat noch, um sie einmal aufzuklären über den Future Handel und zum anderen auch über die Situation und ihnen zu sagen, wenn sie Futures handeln wollen, dann bleibt ihnen fast gar nichts mehr anderes übrig, als zu via Selvenwest zu kommen und ein Konto zu öffnen, weil bei uns sind eben die Rahmenbedingungen absolut gleich geblieben, wie sie auch im letzten Jahr waren. Das also vielleicht noch mal so als kleinen Hintergrund. So, und jetzt hattest du ja gesagt, ich soll noch mal kurz hier auf die Handelsmöglichkeit eingehen, das mache ich natürlich furchtbar gerne. Und ganz kurz, in dem Fall bist du soweit, bis du noch schnell was sagen kannst. Wir hatten Besuch und dann hat meine Frau gesagt, hey, ich habe Eis und dann hat der Besuch gefragt, was für Eis hast du denn? Und die Antwort meiner Frau war große und kleine. Ich weiß nicht, habe ich sie beeinflusst mit Minidax und Microdax, dass sie nur noch große und kleine gesagt hat. Also sie hat nicht irgendwie ERP oder Schokolade gesagt, sondern nur große und kleine. Und bei uns gibt es ja jetzt große Daxx, den Minidax und Microdax und du zeigst jetzt den Mini nehme ich an, oder? Ich habe sogar beide oder alle dreimal hier aufgemacht. Ich kann die auch mal so ein bisschen nebeneinander stellen. Also wir haben hier oben den F-Dax, dann haben wir hier den Minidax und hier den Microdax. Das sieht jetzt aber doch ein bisschen doof aus. Das ist schon mal auch ein entscheidender Unterschied zum CFD, weil die Frage nämlich auch kam, ob ich da mal ganz kurz darauf eingehen könnte, Unterschied zwischen CFD und Future. Und da sieht man hier auf der rechten Seite schon mal einen ganz entscheidenden Unterschied. Wir haben nämlich viel mehr Informationen im Future als beim CFD, weil wir haben hier einen Blick in das Orderbuch. Und das ist der entscheidende Unterschied, ob ich außerbörslich eben diese CFDs handel oder eben über eine Börse wie die Eurex und über ein kontrolliertes Orderbuch vor das ist ein himmelweiter Unterschied, weil ich eben immer einen fairen Preis bekomme. Und es gibt da auch noch Mechanismen von der Eurex, dass sichergestellt sind, dass man möglichst gute Liquidität in den Märkten hat, dass man auch immer fair abgerechnet wird und auch immer den besten möglichen Preis bekommt. Und was auch noch ein wichtiger Unterschied ist, man sieht das hier, wenn ich das mal einblende, das ist hier sozusagen eine Funktion im Nano-Trader, man sieht jetzt hier dieses Orderbuch praktisch in grafischer Form, wie sich das verändert auf den einzelnen Preislevels und das sind nur Limit Orders, das sind keine Stopp Orders, sondern nur Limit Orders mit den entsprechenden Volumina, die da eingestellt werden. Und sowohl der deutsche Bank Händler als auch der Privathändler alle müssen über dieses Orderbuch, es gibt keine Bevorzugung in irgendeiner Art und Weise und das sind eben die entscheidenden Unterschiede, dass ich hier zwar auch einen Geld- und Briefkurs habe, der auch sehr häufig, wie man jetzt auch im Moment sieht, nur einen einzigen Punkt Unterschied hat. Also diese Bit-Seite stand eben, jetzt steht sie bei 25, die Ask-Seite bei 26, also ich habe nur einen einzigen Punkt Unterschied, ich kann ja auch jetzt mal auf den Mini hier umschalten, damit wir das auch mal sehen und man sieht, der Unterschied ist gar nicht so groß, die Orderbücher sehen fast gleich aus, auch von der Anzahl der Kontrakte, die hier eingestellt werden, obwohl der große DAX ja 25 Euro pro Punkt wert ist und der kleine DAX 5 Euro. Also insofern ist das wirklich ein Riesenunterschied zusätzlich habe ich natürlich auch noch Volumen Information, Stichwort Volume Trading ist ja in aller Munde, Market Profile Footprint Volume Trading, auch diese Information habe ich beim CFD nicht wirklich, weil das eben alles außerbörslich ist. Und wie handelt man so ein Ding ganz einfach, man geht hier auf den Kauf Knopf, ich habe jetzt hier so ein kleines Demokonto, das wähle ich halt aus, damit möchte ich jetzt also diese Order platzieren und hatte die Frage ja auch gestellt, dann kann ich die auch gleich noch mit abarbeiten, weil sie sagte oder fragte, wie kann ich denn eine Order erteilen und eine Position eröffnen und gleichzeitig einen Stopp und ein Gewinnziel in Form einer Limit Order erteilen und dass wenn eine Order von den beiden ausgeführt wird, also ich vielleicht ausgestoppt werde und dass dann die andere Order gelöscht wird. Das war ihre Frage und sie wollte nicht hier oben über den Trade Guard gehen. Das kann sie ganz einfach machen, indem sie auf Folgeaufträge verwenden geht und hier dann ihre Orders entweder per Hand mit den entsprechenden Zahlen eintippt, das Ganze natürlich als OCO aufgibt, das ist nämlich genau das, was die Bedingung ist, also OCO heißt one cancels the other, wenn eine Order ausgeführt wird von den beiden wird die andere automatisch gelöscht, das war ja die Anforderung oder ich kann das hier halt schön mit den Slidern hier mit diesen kleinen Pfeilen kann ich das auch verschieben so wie ich das haben will und ich kriege sogar hier noch angezeigt wie groß weil darauf hast du ja auch richtiger weise Wert gelegt auf das Risiko wie sieht eigentlich mein Risiko aus wenn ich das jetzt hier so zum Beispiel einstelle dass ich das auch noch mal ein bisschen höher setze so dann habe ich hier jetzt sagen wir mal 200 Euro Risiko auf der einen Seite und 270 Euro Gewinnchance wenn der Markt so weit steigt dass ich bei 15,186 wieder rausgehen kann dann sagt mir der Nanotrader okay wenn das so ist das ändert sich jetzt immer wenn das so ist habe auch das kann ich hier wunderbar ablesen und so kann ich jetzt einfach auf den Beiknopf drücken und praktisch meine Position eröffnen da machen wir auch mal zack dann bin ich jetzt hier bei 15,130 auch also es ist auf keinen Fall klar dass ich hier ein Spread habe dieser Spread kann ich durchaus im Future Markt einsparen indem ich eben besser ausgeführt werde als im CFD also das sind so die wesentliche Unterschiede auf die ich mal eingehen wollte und habe dann auch gleich noch zwei Fragen hier mit beantwortet und ich hoffe damit ist das dann klar wie man das umsetzt Besten Dank Stefan das sind ja die verschiedenen Marker das kann Deutsche Bank UBS sein oder sich was es heißt ja nicht also es ist immer der beste Geld Kurs und der beste Brief Kurs von all den Banken sie haben mit Eurex kein Gegenparteirisiko weil weil wir ja dann am Schluss gerade stehen also das ist sicherlich ein guter Punkt ja danke Stefan ja das mit was du noch mal erwähnt hast dass die Eurex als Gegenpartei immer eintritt in ein Geschäft und nicht derjenige der verkauft hat oder der mir was verkauft hat oder von dem ich gekauft habe ganz wichtiger Punkt beim außerbörslichen Handel ist man ja auf die Bonität angewiesen von demjenigen mit dem ich das Geschäft mache hier steht die große Institution Eurex als Gegenpart gegenüber und das ist vielen glaube ich auch weil das wird immer von der Eurex gedeckt werden ganz wichtiger Punkt besten Dank und eben damit der Nachschutz Pflicht die du da erwähnt hast ist einfach die 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 Marge die man bezahlt hat die ist at risk und man eben über Nacht muss man nachschießen aber das ist höchstens diese 300 die man da noch nachschießen muss und mehr mehr gibt es nicht genau mehr gibt es nicht und gut wir werden natürlich auch liquidieren das ist ganz klar weil wir ja im Risiko stehen das heißt also wenn die Gefahr besteht dass die Margin komplett aufgebraucht wird durch die Verluste oder das Konto ins Minus geht dann liquidieren wir von uns aus das ist auch logisch da haben wir ein entsprechendes Risk management dahinter vielleicht noch mal kurz zu der Frage weil ich hatte die ja beiseite geschoben um sie jetzt noch mal kurz vorzuholen da wurde gefragt wo ist schon wieder ausgeblendet ist hier wo habe ich sie wo habe ich sie hier hallo mich interessiert ob für mich mit der Gründung einer Limited in Zypern und der dort die Regelung die seit Januar 23 gültigen BaFin Regelung gelten also Verhinderung der Nachschusspflicht wie eben erklärt könnten Sie bitte auf diese Frage eingehen oder mir einen Frage weiterhelfen kann also es ist ja so beim Privatanleger habe ich es ja klar erklärt Rahmenbedingungen sind komplett gleich Sie können also so handeln wie vor dem Stich ab 1. 1. 23 für GmbHs und Limited gilt dass ja per se die Kapitalgesellschaft nur mit ihrem Kapital haftet das heißt also auch hier gibt es schon pro Forma keine Nachschusspflicht wenn man das macht und die Möglichkeit besteht durchaus bei WH Self-Invest Firmenkonten zu eröffnen entweder für eine deutsche GmbH das kann man ganz normal machen unter Umständen auch für eine Limited Zypern aber da gibt es besondere Bedingungen und da würde ich sehr einfach bitten mit uns mal in Kontakt zu treten dass wir das individuell besprechen weil da gibt es so viele Möglichkeiten das kann ich jetzt nicht pauschal beantworten es gibt aber Möglichkeiten dass es funktioniert aber da müssen wir dann wirklich noch mal individuell drüber reden wie das funktioniert und ich werde auch gleich noch ein kleines Angebot machen und da sollten Sie vielleicht dann von Gebrauch machen ja vielleicht auch noch mal ganz kurz von mir eine Umfrage und zwar wir haben jetzt viel gesehen viel gehört über den Future Handel sind vielleicht auch super interessiert das mal auszuprobieren das kann man natürlich mit der Demo von unserem Nano Trainer machen oder man sagt jetzt hier einfach in der Umfrage ob Sie Interesse an einem Neukunden Angebot haben und dann einfach auf Ja klicken und vielleicht noch die Telefonnummer bei uns im Chat hinterlassen dann würde ich Sie auch persönlich kontaktieren und mit Ihnen das besprechen sodass Sie also da die Chance haben mal Konditionen abzufragen wir können auch wie gesagt individuelle Angebote machen und wir haben auch immer mal wieder spezielle Angebote als Aktion und insofern kann sich das echt lohnen da mal in den Dialog zu treten also wenn Sie da Lust haben dann können Sie wie gesagt auf Ja klicken und dann sage ich mal 3 2 1 Dankeschön dafür so Enzo hast du jetzt noch was ich habe noch was vor allem ich habe gesehen da hatte noch eine Frage gehabt ich konnte nicht alle durchschauen da hat Christoph hat gesagt was passiert mit der Marge beim Verkauf des Futures also wenn du mir den Bildschirm wieder über gibst kann ich das nochmals ganz kurz zeigen also Christoph ich kann Sie beruhigen die Marge die überweist WH Self Invest dann immer mir ja das wäre schön für dich jedenfalls Idee also ist ich gehe dann nochmal schnell zurück zur zur also das ist weiter unten hier also wie sieht das aus mit der Marge also ich habe jetzt hier 300 geschrieben das stimmt aber wenn ich das mache pro Tag hätte das nicht gestimmt das sind ja 1500 die sie da Marge bezahlen und jetzt Tag 1 234 am 16 Tag wird der Kontrakt verkauft bei 15.250 also das heißt gibt Totalgewinn von 250 plus wird natürlich die Marge von 1500 die über die Tage immer gehalten wurde ihnen wieder respektive das Geld freigegeben ich nehme ja nicht an Stefan dass ihr die belastet sondern ihr werdet nur die Marge vom Konto einfach blockieren nehme ich an oder exakt ja ja also das wird nur blockiert das wird jetzt nicht wirklich belastet das was passiert an Belastung oder Gutschrift ist das was du ja hier zeigst dieses tägliche settlement wie das so schön heißt also diese bar abrechnung basierend auf dem effektiven Gewinn und Verlust plus am letzten Tag da lässt ihr die Marge wieder frei die 1500 die blockiert hat die sind dann einfach frei die sind wieder frei zur Verfügung man spricht von der sogenannten buying power also wenn ich eine Position offen habe dann wird diese buying power oder diese Ressourcen die ich habe um meine Position aufzubauen einfach um die Marge reduziert das heißt ich kann dann eben entsprechend weniger Position aufbauen weil ich eben weniger Geld zur Verfügung habe es wie so ein Pfand wenn man so will deswegen heißt das ja auch Sicherheitsleistung es ist also kein Kostenfaktor sondern man leitet sozusagen dieses Geld so lange bis die Position geschlossen wird und dann kriegt man die auch einfach wieder und das Ganze wird dann verrechnet mit den Gewinnen oder Verlusten und dann hat man da am Ende dann den richtigen Kontostand genau ich hoffe die Frage ist so beantwortet gut das mache ich da noch schnell eben das hast du gezeigt also und jetzt einfach die Volumen aber das können sie dann im pdf das sie bei stefan anfangen können dann auch ansehen wie die volumen logischerweise im februar hat es natürlich sehr viel volumen gehabt aber eben durchschnittlich werden also bei den micro etwa 30.000 micro futures werden da pro tag umgesetzt von den großen futures sind sowieso noch mehr so schnell die zusammen einfach für sie zu wissen eben micro futures kontraktgröße 1 ganz wichtig eben futures können auch verkauft werden nicht nur gekauft also wenn sie negativ auf dem markt sind können sie verkaufen sie können wie stefan auch gesagt hatte wenn sie ein depot haben und sagen sie wollen sie wissen nicht wie sie das hedgen sollen weil sie haben 10 titel oder 15 titel drin verkaufen sie einen DAX future gegen das depot eben ein ist könnten sie zwei micro futures dagegen verkaufen läuft natürlich nicht genau gleich weil sie nicht genau die gleichen aktien drin haben aber sie haben ja gesehen wenn aktien runter gehen geht meistens eigentlich alles in eine richtung dann sind sie gehätscht wie ich gesagt hat es gibt nicht nur kleine und große kontrakte eben es gibt eben nicht nur das kleine und das große Sondern es gibt eben auch das mini also es gibt die drei kontrakte beim dax nochmals konzentrieren sie sich auf fünf titel nicht mehr weil sie werden das nicht fassen können sage ich jetzt und ich hatte zu beginne gesagt eben kennen sie die risiken oder sie müssen wissen was sie verlieren können also das ist ganz wichtig wieso sage ich sieht das bei ihr aus und bei ihr ist es so also wenn sie schlägt dann ist vielleicht 180 oder 200 meter und naja wenn ich schlage also wenn es jetzt die beiden schlag dann dann ist das eigentlich er geht doch geradeaus oder eben nicht oder und ich wünsche ihnen wirklich ich wünsche ihnen wirklich dass die so im Griff haben und eben nicht so weil hier muss ich vielleicht treffe ich und vielleicht geht der Ball auch in die richtige Richtung und das sollten sie eben auch definitiv beim Future Handel machen oder das ist ein guter Vergleich finde ich mit dem Golf Sport weil wenn ich jetzt Golf lernen will dann brauche ich ja auch erstmal eine kleine Anfangsinvestition ich brauche eine Golftasche ich brauche ein Equipment ich brauche einen Golf lehrer den muss ich auch bezahlen für die für die Ausbildung die er mir da bietet und ich muss ja auch noch diese sogenannte Platzreife machen die kostet auch noch Geld also du kannst dich einfach auf den Golfplatz gehen und los spielen du musst sozusagen dafür ausgebildet werden und das ist im Future nicht anders auch auch hier muss ich ein bisschen Geld in die Hand nehmen zum Beispiel auch für adäquate Daten das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Unterschied zum CFD Handel dass man hier es mit Tickdaten zu tun hat die jeden einzelnen Tick und so ist das bei WHSelfen West weil wir ja mit CQG zusammen arbeiten bekommt man jeden einzelnen Tick in Nano Trader angezeigt und deswegen ist das so unglaublich wichtig dass man eine gute Datenqualität hat aber es kostet eben auch was man muss hier für die Daten ein monatliches Budget einplanen im Vergleich zum CFD Handel wo die Kurse meistens kostenlos sind nur dafür muss man auch wieder gucken wo kommen die eigentlich her sind das wirklich echte Marktdaten wie bei WHSelfen West oder ist es so dass das Daten sind die von dem Broker gemacht werden als sogenannter Market Maker wie wir ja eben auch das Wort schon mal gehört aber also da muss man ein bisschen aufpassen weil das ist durchaus so dass die Kurse dann nicht immer zu Gunsten des Kunden gestellt werden um das mal vorsichtig auszudrücken gut also ich danke dir Stefan ich möchte auch allen teilnehmen und danken die da mitgemacht haben und auch eben wie gesagt aktiv aktiv da mitgehandelt haben super also das war sehr schön auch sehr interaktiv ich gehe noch mal ganz schnell durch die Fragen ich kann die ganz schnell beantworten will da steht so mit welchem Hebel arbeitet man bei Futures und schauen Sie ich habe das hier auf dieser Folie festgehalten also wenn Sie Intraday handeln also mit bei WH Self-Invest mit einer Marge bei micro future von 300 Euro ist es ein Hebel von 50 weil Sie bezahlen ja anstatt die 15.000 nur die 300 Marge 2% das heißt Sie haben einen Hebel von 50 eben wenn der Index von 15.000 ab 15.1 ansteigt ist das wenig aber das ist natürlich 50 mal mehr auf die 300 das sind ja 33 prozent die sie da verdienen von 300 plus die 100 oder wenn Sie es overnight machen dann wären sie 1500 dann ist es noch ein Hebel high dann ist doch ein Hebel von 10 Leben ich hatte jetzt tatsächlich noch eine andere oder andere frage sogar hier ist noch die frage wo finde ich die margen auf der webseite und da kann ich mal kurz hier wieder schnell den wildschirm übernehmen und mal hier zeigen unsere webseite das ist die whselfenwest.de da ist sie und da geht man dann hier oben auf futures und dann scrollt man einfach runter zugang zu allen futures märkten und da sieht man jetzt diese tabelle die du in der folie wunderbar hattest und da kann man sich das anschauen ich wollte noch ein kleines angebot machen und zwar dieses hier eine kleine sonderaktion jeder teilnehmer der jetzt noch dabei ist und das sind ja noch einige und hier in diesem webinar ist hat die Möglichkeit mit mir einen Strategie Termin sozusagen am Telefon entweder mit ihrem Handy einfach zu scannen diesen QR-Code auf der linken Seite oder sie geben daher einfach per Hand diesen Link ein Calendly.com das ist so ein Terminverwaltungstool slash s fröhlich mit oeh minus whs da können sie das buchen und dann können wir uns da zusammen telefonieren und das ist vielleicht nochmal auch ein Hinweis für denjenigen der über die Limited Auskunft haben wollte vielleicht buchen Sie einfach mal da so ein Termin in dem Tool und dann können wir darüber mal sprechen weitere Frage kann man auch noch einen Point of Control einblenden ja das ist alles möglich gibt es im NanoTrader als Zusatzfunktion die Quotes Last Price aus der Time and Sales werden alle grafisch angezeigt wird das auch überwacht es ist im Prinzip ja die Wiedergabe des Original Börsen Feeds was wir hier in der Plattform haben und das gehört natürlich auch zum überwachten Handel dazu sind diese Funktionen bei der kostenlosen Version vorhanden ich nehme mal an da ging es um diese Order Eingabe die ich gezeigt habe bei der kostenlosen Version also bei der NanoTrader Free Version ist auch diese Funktion mit den Folgeaufträgen so wie das ja so schön heißt dass man Stopp und Limit dann anfängt das ist mit enthalten was passiert mit der Margin beim Verkauf das hatten wir gerade BHS bietet ja ein CFD Konto wie auch ein Future Konto ist bei beiden der NanoTrader im Einsatz ja es ist also so das sind wirklich zwei verschiedene Konten man hat einmal das CFD Konto man hat einmal das Future Konto aber wir können im NanoTrader beide Konten miteinander verbinden und sie können dann aus einer Plattform mit beiden Konten und mit beiden Marktarten agieren ja das ist also überhaupt kein Thema so und die Frage finde ich auch noch sehr schön zum Abschluss wieso ist bei mir denn im Hintergrund es noch hell wie kann das sein dass mein Hintergrund so hell ist das ist ganz einfach das ist ein Foto von unserem Büro und das ist natürlich ein bisschen fake also das wird hier schön über so ein Greenscreen eingeblendet damit das einfach nett aussieht dass ich nicht vor einer Bücherwand sitze oder so so wie wir das aus Corona Zeiten kennen so haben wir uns gedacht nee da machen wir mal einen professionellen Hintergrund auch mit Logo oben drin und deswegen ist es bei mir eigentlich immer hell das ist der ganze Grund okay und NanoTrader ist nicht auf Mac nutzbar das ist ein reines Windows Programm weil das ja auch noch von Jörg gefragt wurde da gibt es nur zwei Möglichkeiten entweder man versucht es mit Parallels ist aber nicht so wirklich die tolle Lösung die ich jetzt empfehlen würde andere Lösung wäre den NanoTrader auf einem Server zu installieren und dann praktisch mit dem Mac einfach auf dem Server zuzugreifen das ist eigentlich so die schönste Variante die ich da empfehlen würde weil diese Funktionen die wir im NanoTrader haben speziell im Future Handel wo es Tick bei Tick mal sehr schnell gehen kann und sehr viele Daten anfallen da braucht man eine performante Handelsplattform und das ist eben nur gegeben mit einer Plattform die in C++ geschrieben ist also in so einer ganz schnellen Maschinen Sprache die auf Windows funktioniert das vielleicht noch mal kurz im Hintergrund warum das so ist Enzo ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Webinar wir haben jetzt zehn Minuten überzogen aber ich glaube sie waren es allemale wert weil auch ich finde immer wieder dein Erklärstil einfach wunderschön und auch klar und verständlich und ich denke und bin auch ganz fest davon überzeugt dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier heute richtig was mitnehmen konnten und jetzt auch wissen wie so ein Future funktioniert also herzlichen Dank für deinen tollen Vortrag heute besten Dank auch dir Stefan besten Dank auch den Teilnehmenden da für die interaktiven Fragen Ja das auch das ist ja immer wieder schön da müssen die Zuschauer ja auch mitmachen wenn wir hier Fragen stellen ja dass das auch alles immer so funktioniert hat bestens funktioniert alles klar vielen Dank ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend bleiben Sie dir natürlich auch Enzo alles Gute und bis demnächst hier auf diesem Kanal bei WHS helfen ist Tschüss machen Sie es gut zusammen danke